Herzlich Willkommen an der Schule Oberneuland. Ihr kennt sie sicherlich als Elefantenschule. Wir haben einen kleinen Film für euch vorbereitet, damit ihr einen Einblick bekommt. So, jetzt habt ihr gerade die Schulleitung kennengelernt, Frau Sense und Herrn Lahm. Ganz nette, beide. Und das hier ist die Elefantenschule. Viele verschiedene Gebäude. Und überall ist was los. Das hier ist das Haus für die neuen Schülerinnen und Schüler. Hier geht ihr zur Schule. Es gibt bei uns drei erste Klassen. Hallo liebe Kinder, ich bin Cornelia Wohltmann, die Klassenlehrerin der Hundeklasse. Und ich freue mich total darauf, mit euch zu rechnen, zu spielen, zu basteln und ganz ganz viele andere tolle Dinge zu machen. Hallo liebe Kinder, ich bin Frau Köhnken. Und ich freue mich darauf, mit euch zu lesen und zu schreiben. Ab und an begleiten uns zwei Hunde. Das sind Holly und das ist Elli. Sieht doch ganz gemütlich aus, hm? Und schaut euch mal den Schulhof an. Sieht aus wie ein Spielplatz, hm? Pausen gehören nämlich auch zur Schule. Hallo, ich bin Jessica Frost. Ich bin eure neue Klassenleitung der 1a. Wir sind die Eulenklasse und ich freue mich schon ganz doll darauf, euch kennenzulernen. Mein Name ist Jana Westermann. Wir werden zusammen Deutsch, Sachunterricht und Kunst haben. Hallo, ich bin Frau Sense. Bei mir lernt ihr alle Zahlen kennen und was man damit rechnen kann. Und das Fach nennt sich Mathematik. Und ich bin mindestens genauso aufgeregt wie ihr. Und das hier ist unsere Turmhalle. Hier habt ihr euren Sportunterricht. Bei gutem Wetter gehen wir natürlich auch ganz gerne mal raus. Hallo, ihr Lieben. Ich bin Frau Meierrose, eure Klassenlehrerin. Wir sind die Mäuseklasse und wir werden zusammen rechnen. Wir werden Plus rechnen, Minus rechnen, malen und teilen. Mein Name ist Nadine Ricke. Ich werde eure Deutschlehrerin und mit mir lernt ihr das Lesen, das Schreiben, Geschichten erzählen. Und ich freue mich riesig auf euch. Das hier ist das Gebäude für die vierten Klassen. Hier gibt es eine Bücherei, den Werkraum zum Basteln und den Musikraum. Und hier drin arbeiten die Verwaltung und der Hausmeister. Ganz wichtig. Auch ein schönes Haus, oder? Nun habt ihr unsere Schule kennengelernt und wir hoffen, ihr habt eine ganz tolle Schulzeit bei uns. Herzlich willkommen, ihr Eulen, Mäuse und Hunde.